Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir versprochen heute mit einer Grußkarte. Ich habe hierfür einen Digi-Stempel von der PaperShelter ausgesucht und drei Stanzen von Nelly Snellen, die einen Hintergrund ergeben. Und damit wollte ich einfach loslegen und mit Hilfe meiner Prägemaschine stanzen wir erstmal den Hintergrund. Hierfür habe ich einfache Karteikarten genommen, die ich zum Stempeln nicht gut finde. Ich habe die online bestellt über Amazon. Hier habe ich beim ersten Kurbeln die obere Kante nicht richtig mitgestanzt. Ich habe das zu nah am Rand angelegt, bisschen verschoben, zweites mal durchgekurbelt und jetzt ist die Stanzung perfekt. Die Karteikarten sind, glaube ich, von Amazon. Die habe ich online bestellt und die waren von der Qualität her nicht schön. Ich habe die ausprobiert, zu bedrucken. Dann verschmiert mir die Tinte. Wenn ich darauf stemple und koloriere, ist das Papier von der Qualität her einfach nicht so schön, nicht glatt genug und zu rau. Und deswegen zum Stanzen ist das absolut in Ordnung und ich werde das ja hinterher noch einfärben und bearbeiten. Dann fällt das auch nicht mehr auf. Also hier muss ich auch sagen, da muss kein besonders tolles Papier her. Hier ist eine Sizzix Hilfe zum Ausquetschen der gestanzten Teile. Das geht etwas schneller mit der Walze. Einfach drüber rollen und die ganzen einzelnen Elemente werden raus gestanzt. Mit der Prickelnadel kann ich mir dann an der Kante, da habe ich dann kleine Löcher, eindrücken und den Hintergrund rausdrücken. Das, was sozusagen überbleibt. Das ist für mich Müll. Natürlich könnt ihr daraus auch noch Blümchen oder Blätter machen. Ich habe davon so viele Reststücke, dass ich das nicht mehr aufbewahre. Vor allem nicht aus diesem qualitativ schlechteren Papier. Das landet bei mir tatsächlich alles in der Papiertonne. Das letzte Element ist sehr fein und da dauert es halt ein bisschen länger und da müsst ihr ein bisschen mit Geduld arbeiten, ein bisschen mit Gefühl. Ansonsten habt ihr sehr schnell das Papier gerissen. Hier ist meine Stencil Matte von Waffelflower. Die verwende ich ganz gerne zum Stenciln. Ich habe mir drei Farben von Distress Inks geschnappt, Old Paper, Vintage Photo und Walnut Stain und ein Brushing Pen, oder wie nennt sich das, und habe jetzt die zweite Ebene genommen und mit Old Paper angefangen das Papier einzufärben. Das ist der Vorteil, wenn ihr mit Weiß arbeitet. Ihr könnt Weiß immer noch verändern, einfärben in der Farbe, in der ihr möchtet. Der linke Seite, die wollte ich was dunkler haben. Da habe ich mich für Vintage Photo entschieden und versucht, das so ineinander fließen zu lassen, zu verblenden. Ich habe das gerade ausprobiert, ob man das erkennt, wenn man das Weiße, die letzte Schicht drauf legt. Und das sah ganz nett aus. Hier fange ich mit Vintage Photo an, auf der rechten Seite. Das ist die letzte, dritte Schicht. Und die linke Seite wird dann mit Walnuss eingefärbt. Die ist dann noch was dunkler. Das ist übrigens ein Blending Tool, nennt sich das. Das ist für die Farbe braun bei mir bestimmt. Alle anderen habe ich einen kleinen Pinsel für. So, dann sind wir schon mit dem Einfärben durch. Und jetzt werden die Schichten aufeinander geklebt. Hierfür verwende ich meinen Flüssigkleber von Tonic Studio. Ihr seht, das Video ist natürlich beschleunigt. Das dauert normalerweise ein bisschen länger. Ich kann mit der Spitze recht dünn den Kleber auftragen und verteile das wirklich flächig überall. Und dann wird das einfach, das ist jetzt die zweite Schicht, auf die unterste Schicht geklebt. Und dabei versuche ich dann die hellere Seite von einer Seite mit der anderen hellen Seite zu bedecken, wenn es einen Sinn macht. Und jetzt fehlt, also genau. Das Ganze habe ich dann mit der Walze ein bisschen platt gedrückt, damit der Kleber wirklich sich überall verteilt und gleichmäßig bleibt. Die letzte Schicht ist, wie gesagt, sehr fein. Das sind teilweise nur zwei Millimeter dünne Linien. Wenn ihr dann, so wie ich gerade, noch Reststücke von der Stanze sozusagen drinne habt, die habe ich jetzt mit der Prickelnadel ausgestanzt bzw. rausgedrückt. Wenn ihr die Schicht aufgeklebt habt, könnt ihr das natürlich später nicht mehr ändern. Deswegen da schon besonders darauf achten, dass das vorher alles raus ist. Mein fertigen Untergrund habe ich jetzt mit einer Dose beschwert, damit der Kleber ein bisschen Druck von oben kriegt und das Ganze ein bisschen besser klebt. Auch hier jedes kleine Strichlein wird mit Kleber bestrichen und anschließend dann auf den fertig geklebten Hintergrund aufgeklebt. Hier ist ein bisschen Fummelarbeit gefragt, aber dadurch, dass der Kleber flüssig ist, ist das eigentlich auch kein Problem. Es lässt sich noch genug bewegen. Mit der Walze wieder das Ganze platt gedrückt und das war mir noch nicht genug. Ich habe einfach aus einer Flasche Wasser in meine Hand gespritzt und dann das Ganze über meinen Hintergrund verteilt, einwirken lassen und dann den Überschuss mit einem Mikrofasertuch entfernt. Da kann man zumindest bei den eingefärften Flächen so ein bisschen Sprenkler erkennen. Das war mir halt noch nicht genug Struktur. Also habe ich jetzt mit Vintage-Foto und Wasser weiteres Farbe angemischt, mit Wasser verdünnt. Das ist jetzt Walnuss. Da sieht man ein bisschen kräftiger und das Ganze dann über meinen Hintergrund gesprengelt. Das Ganze wird jetzt beschleunigt mit einem Heißfön. Ihr könnt natürlich auch einfach an der Luft das Ganze trocknen lassen. Nur ich wollte dann noch eine weitere Schicht auftragen und damit es halt nicht ineinander fließt, einfach zwischendurch immer trocknen. Hierfür habe ich mich für den Kupferton entschieden von Action. Das ist so eine Metallic-Aquarellfarbe, die relativ gut mit Wasser verdünnen und dann auch drauf sprengeln. Für das Motiv habe ich eine Kreisstanze von Action mir ausgesucht. Ich habe das der Größe angepasst, dass das Motiv halt nicht abgeschnitten ist und gut bedeckt ist. Das Ganze einfach durchkurbeln. Dann habt ihr einen Kreis und damit das halt nicht zu langweilig ist, habe ich auch dafür auch noch eine Mattung vorgesehen. Ich probiere das halt gerne vorher schon aus, bevor ich das kurbel und lege mir einfach den Kreis in den fertig zugestanzten, einfach die Stanze und dann sehe ich, wie viel Rand dann drum herum bleibt. Hierfür verwende ich einfach ein Reststück von einer Verpackung von einem Tonic Studio Kit. Das ist so ein Kraftkarton, würde ich sagen. Das Ganze ausgestanzt. Die ganzen Kreise habe ich jetzt aufgehoben für ein weiteres Projekt, für später irgendwann, weil man kann ja auch schön zum Dekorieren von Karten oder ähnlichen Projekten dann auch verwenden. Und das Papier ist, wie gesagt, recht stabil. Also das macht schon viel aus. Jetzt möchte ich mir ein Kartenrohling zuschneiden. Dafür habe ich Lineal vorbereitet, um den fertigen Hintergrund auszumessen, wie groß denn meine Karte insgesamt werden muss. Weil ich immer so ein bisschen Rand gerne lasse. Das wirkt irgendwie für mich schöner. Hier in dem Fall ist das dann 15,4 x 22 cm bzw. 11 x 15,4 ist die Kartengröße. Die ist etwas größer als A6. Hier falze ich mir mit meinem Trimmer noch die Falzlinie. Damit ist dann halt der Übergang der Karte gerade. Und das kriege ich hier noch ein bisschen mit meinem Prägestift. Ich drücke das ein bisschen flach und schaue mir das Ganze jetzt an, wie das wirkt von der Größenaufteilung. Jetzt habe ich mich entschieden, noch einen Spruch dazu zu tun. Die Karte soll zum Geburtstag sein. Ich habe mir am Computer einfach einen Schriftzug vorbereitet. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag mit genug Rand. Das habe ich dann auf eine Karteikarte ausgestanzt und ausgestanzt, sag ich schon, gedruckt und benutze das auf meinen Karten. Die einzelnen Elemente zerschneide ich, damit die einzelnen Wörter einzeln gestanzt sind. Hierfür verwende ich meinen Hebelschneider. Ihr könnt natürlich sowas auch stempeln, wenn ihr die passenden Sprüche habt. Ich habe nur gemerkt, dass mir gerade die Deutschen etwa zu groß sind oder einfach nicht das, was ich gerne möchte. Und dann habe ich mir gedacht, also am einfachsten ist es tatsächlich dann selbst am Computer sich zu setzen und das auszudrucken, weil Drucker und Computer haben die meisten auch zu Hause. Ohne Drucker könnte ich auch meine Digi-Stempel nicht verwenden. Hier habe ich Vintage-Foto und ein trockenes Feuchttuch zur Hand genommen und mir die Kanten vom Hintergrund und vom Stempel plus Mattung eingefärbt. Und dann habe ich mich entschieden, ich werde jetzt nicht weiterhin irgendwie was mit dem Hintergrund machen und kann den direkt schon auf meine Karte aufkleben. Diesen Schritt müsst ihr natürlich gut überlegen, wenn ihr dann mit Schleifenband zum Beispiel arbeiten wollt, Bäckertwein oder eine andere Art von Garn. Das zum Beispiel verklebe ich gerne auf der Rückseite, sodass man das nicht erkennt und da wäre dieser Schritt natürlich zuerst dran. Da hatte ich ein bisschen Kleber übergucken, das habe ich dann mit dem Prickelstift ein bisschen entfernt. Mit der Walz wieder angedrückt, Gewicht drauf und das Motiv klebe ich mit Klebestift fest. Das ist jetzt auch eine bewusste Entscheidung, weil ich es hinterher nähen möchte. Einfach andrücken. Hier hole ich euch ein bisschen näher an die Kamera ran. Ich habe mir einfach die Schere geschnappt und mir die ausgestanzten Wörter an der Kante entlang aufgerissen. Da gibt es auch ein Distress-Tool. Ich habe auch eins da, nur ich dachte, die Schere war jetzt greifbereit. Das geht damit auch. Ein bisschen mit dem Nagel nachgeholfen. Dann ist die Kante noch ein bisschen stärker distresst. Hier ist ein Stück Pappe. Einfach Verpackungsmaterial. Das habe ich mir in dünne Streifen geschnitten und das benutze ich sozusagen als Ersatz für doppelseitiges Abstandsklebeband oder Klebepunkte. Ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Und der Karton zum Beispiel, der ist in sich schon stabiler und davon hat jeder was zu Hause. Man muss nur in die Papiertonne mal schauen und dann kann man sozusagen ein bisschen was von seinem Müll verarbeiten. Der Empfänger der Karte sieht das nicht. Der sieht auch keinen Unterschied. Und ich habe das schon so oft gemacht. Und bis jetzt ist mir das nichts abgefallen oder hat irgendwie anders geschädigt. Also werde ich das auch weiterhin so verwenden. Hier seht ihr, habe ich dann den Kreis schon genäht. Das habe ich auch nicht mehr vor der Kamera gemacht. Das mache ich immer so zwischendurch. Mit weißem Garn einfach genäht. Und die hinteren Fäden abgeklebt, damit sie sich nicht lösen können. Jetzt den Spruch ein bisschen aufgelegt und geguckt, wie das wirkt. Irgendwie wirkt das Ganze ein bisschen verloren. Also habe ich mir gedacht, ich müsste hier noch ein bisschen Dimension schaffen. Ein bisschen Interesse. Und habe jetzt für hinter das Motiv Jute auf Papier geklebt von Action zugeschnitten. Und ich hatte hier noch ein Transparentpapier mal geschenkt bekommen mit Druck. Da habe ich mir auch so ein Stück von abgerissen. Und hier einfach eine alte Buchseite. Auch davon einfach ein Stück rausgerissen und runtergelegt. Und schon hebt sich das ein bisschen vom Hintergrund ab. Natürlich müssen wir auch ein bisschen hier mit Abstand arbeiten. Auch hier ein Stück Pappe. Einfach Rechteck geschnitten. Hinter das Motiv mittig gesetzt. Angedrückt. Und jetzt arbeite ich mich hier Schicht für Schicht mit den vorbereiteten Elementen. Und klebe sie einfach an den Seiten. Und dann müsst ihr halt gucken, was wollt ihr vorne haben. Dementsprechend müsst ihr das zuerst aufkleben und die anderen Elemente dann später. Hier habe ich das Transparentpapier und auch die Buchseite später mit Vintage-Foto am Rand eingefärbt. Damit das Ganze ein bisschen einheitlicher wirkt und zu dem Motiv halt dann auch passt. Einfach mit Flüssigkleber so ein bisschen Kleber drangeben und eine Kante ankleben. Wie gesagt, jetzt das Vintage-Foto so ein bisschen. So, dass das ein bisschen alles rausguckt und das Motiv an sich auch ein bisschen abhebt. Hier wieder mit Kleber auftragen. Flächig. Das, was halt am ehesten Kontakt zum Papier hat oder dicker ist, habe ich jetzt mit Kleber eingefärbt. Das Transparentpapier klebt am Motiv fest. Wieder das Ganze im Schweren. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich den Spruch jetzt aufklebe, wird die eine Seite halt höher sein. Also habe ich mir die Seite, die quasi zum Hintergrund hin zeigt, noch ein bisschen verstärkt und ein bisschen weitere Dimensionen geschaffen. Noch ein weiteres Stückchen Karton aufgeklebt für Ausgleich. Damit halt der Spruch am Ende auch glatt auf der Karte aufgeklebt ist. Auch hier eine zweite Ebene mit Karton. Übrigens muss ich auch dazu sagen, ich bin, was das angeht, inzwischen geübt und mutig und klebe mein Motiv, wie ihr seht, schon direkt an auf meine fast fertige Karte. Ihr könnt das natürlich auch erst kolorieren oder ausmalen und dann aufkleben, wenn ihr sicher seid, dieses Motiv ist euch gelungen und das wollt ihr tatsächlich verwenden. Hier habe ich angefangen so auszuprobieren, was ich noch an Deko vielleicht noch dazu nehmen möchte. Dieser Prozess dauert bei mir sehr lange, deswegen habe ich das rausgeschnitten. Am Ende habe ich mich dann tatsächlich für ganz wenig entschieden. Ich habe hier einen Sticker. Den habe ich im Silhouette Store gekauft. Also das ist ein Element von einer Platte. Den hatte ich hier noch drum liegen aus meiner Filofaxing Bullet Journal Site. Das werde ich euch auch verlinken bzw. euch aufschreiben in der Infobox. Wie das Set heißt, wie ihr das findet bzw. wo ihr das findet. Hier habe ich einfaches Nähgarn in Creme. Das wirke ich einfach um die Finger, um das Ganze ein bisschen gleichförmig quasi zu haben. Das lege ich einfach auf die Karte. Hier ist ein Stanzteil von Action. Das ist ein Pfeil. Den hatte ich auch tatsächlich noch rumliegen von einem anderen Projekt. Ich bereite oft sehr viele Elemente vor und am Ende kommt dann nur die Hälfte auf die Karte. Hier seht ihr ein paar gestanzte Blätter von Nellie Snellen. Zwei in dunkelbraun, Cardstock. Und eine hatte ich in so einem Glitzer Gold. Das habe ich dazu genommen. Und hier eine kleine Rose noch für, sag ich mal, dass das ein bisschen schöner ist. Dann habe ich mich entschieden, da ich schon länger keine Pailletten verarbeitet habe, dieses Mal tatsächlich mit Pailletten zu arbeiten. Ich habe welche in so einem braunen Ton mir ausgesucht, weil das einfach farblich zu diesem Kaffee-Schokokuchen-Thema passte. Das war übrigens auch die Vorgabe für die Challenge. Denn das Thema der Challenge heißt Schokolade-Cake-Day. Und dann habe ich mir die Motive angeguckt, die ich habe, was denn zum Thema Schokoladenkuchen jetzt passen könnte. Und so wirklich hundertprozentig das Thema getroffen habe ich nicht. Ich habe jetzt einen Muffin genommen und den habe ich dann am Ende passend eingefärbt, koloriert. Pailletten alleine sind ziemlich groß. Und dann habe ich mich entschieden, noch ein paar Schmucksteine dazu zu ergänzen. Da sind jetzt auch welche vom Action. Die gibt es in der Variante, glaube ich, zurzeit nicht mehr zu kaufen. Die habe ich jetzt schon seit Ewigkeiten hier rumliegen und habe hier dann verschiedene Größen miteinander kombiniert. Ich habe hier auch ganz kleine 2 mm Steinchen. Da weiß ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wo ich die her habe. Ich probiere halt aus und dann gucke ich, was kann ich denn noch ergänzen. Hier auf den Pfeil habe ich mich entschieden, noch drei kleine, von den kleinsten 2 mm Steinchen noch zu setzen. Und das war es, glaube ich, auch schon erstmal mit der Deko. Hier, das ist meine Stifteaufbewahrung für meine Aquarellstifte. Jetzt hole ich euch auch näher ran, weil jetzt geht es tatsächlich an die Koloration. Der Rest der Karte bleibt so, wie er ist. Hier habe ich einfach mit den Wangen angefangen und mit den Lippen einfach in rosa das Ganze aufgetragen. Dann habe ich mir gesagt, ich brauche noch eine Horizontlinie, damit ich weiß, wo ich den Hintergrund drauf anpasse. Da habe ich einfach eine Chipkarte genommen und mir mit einem grauen Aquarellstift dann den Horizont gesetzt. Das Motiv ist relativ verbaut, da sieht man dann nicht mehr viel von. Mit einem grauen Aquarellstift setze ich mir den Schatten. Auch das ist, glaube ich, nicht wirklich sehr gut zu erkennen. So ein Hauch, ein bisschen. Hierzu muss ich sagen, ich habe meine Aquarellstifte schon bestimmt ein halbes Jahr, wenn ich sogar länger, nicht angepackt. Und da dachte ich, es wird mal wieder an der Zeit. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob ich mit der Koloration so insgesamt zufrieden bin. Ich glaube, mit den Distress Reinkern das Ergebnis gefällt mir doch ein bisschen besser. Hier habe ich angefangen mit Hellblau den Hintergrund dann anzumalen. Ich mag es nicht, wenn die Flächen zu viel Weiß haben. Das wirkt unnatürlich, also es ist unwahrscheinlich, dass die Elfe jetzt mit ihrem Kaffeebecher irgendwo vor der weißen Wand steht und selbst da, dass da keinen Schatten wirft oder ähnliches. Deswegen, grundsätzlich mache ich dann überwiegend mit Hellblau. Das ist dann so eine Art Himmel. Ich trage erst quasi die erste Schicht mit den Stiften auf und danach kommt das ganze Verwischen mit dem Wassertankpinsel und anschließend noch die Akzente dazu. Auch ganz wichtig, zwischendurch auch immer eure Stifte anzuspitzen. Wenn ihr merkt, die Flächen sind zu klein und ihr trefft die Fläche nicht mit dem Stift oder mal drüber, dann ist eure Spitze wahrscheinlich zu abgestumpft und muss halt mit angespitzt werden. Ich meine, bei Aquarellstiften ist das bei weitem noch nicht so wichtig wie bei den Polychromos, aber auch da empfehle ich euch da natürlich immer drauf zu achten, den Stift schon recht spitz zu halten. Ich habe mit der Hautfarbe angefangen, habe mir einen hellbraun genommen, um die Schatten zu markieren. Auch den Verlauf zwischen Augenbraue und Nase, damit halt die Nase auch ein bisschen Form bekommt. Den Rest habe ich jetzt mit einem hellen Hautton eingefärbt, aber auch da lasse ich immer weiße Flächen, wo ich denke, da fällt das Licht hin. Oder das ist erhaben und muss halt heller bleiben. Das ist jetzt ein dunkelbraun. Wie gesagt, das Thema Schokokuchen habe ich dann auch versucht, etwas passend zu kolorieren. Deswegen ist das jetzt ein Schokokupcake, beziehungsweise das, was ihr da seht, ist dann sozusagen die Schokocreme. Die kleinen Elemente, diese Punkte, die auf dem Cupcake drauf sind, habe ich weiß gelassen. Dann habe ich mir gedacht, da das Thema ja schon so braun ist und alles monochrom aufeinander abgestimmt, dann wird meine Elfe jetzt auch braune Augen und braune Haare bekommen. Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch den Kaffeebecher noch in der passenden Farbe einfärben. Also das ist ja auch etwas, wo ich auch immer sage, Wiederholung ist angenehmer fürs Auge. Das heißt, auch wenn ihr nur im Farbbereich braun bleibt, wenn ihr euch dann ein paar Stifte rausgesucht habt, dann könnt ihr auch mit diesem Stift noch andere Flächen in diesem Motiv auswählen und einfärben. Das wirkt einfach angenehmer. Wie ihr seht, ist das Ganze alles noch ein bisschen zart und hell. Ihr könnt später immer Farbe hinzufügen. Deswegen empfehle ich dann wirklich mit hell anzufangen, wenn ihr zum Beispiel mit der Farbe Rot oder Schwarz arbeitet und dann direkt viel zu stark drückt. Das bekommt ihr nie wieder raus. Die hellen Töne, da könnt ihr mit dem Wasser die Farben anlösen und entfernen, falls ihr mal drüber malt oder euch dann irgendwas tatsächlich nicht gefällt. Ja, hier Farbe Rot. Genau, da habe ich dann gedacht, das ist hier kein Starbucks Becher, das wird nicht grün. Und ich habe mich von dem Sticker inspirieren lassen. Der hat ein kleines rotes Herz und dann habe ich mir gedacht, bevor ich noch eine weitere Farbe reinnehme, dann machen wir doch das Label von dem Kaffee to Go Becher auch rot. Das passt wieder farblich zusammen. Hier habe ich den Schatten mit einem dunkleren Grau noch verstärkt, weil mir das ein bisschen zu blass war. Dann habe ich hier noch die Flügel der Elfe blau angefangen und dann gehe ich noch mit einem lila-pink Ton an den Kanten, damit sich halt die Flügel ein bisschen absetzen. Ich muss sagen, im Nachhinein finde ich das jetzt so viel Extremfarbe, sage ich mal. Es hätte ein leichtes Hauch rosa wahrscheinlich schon gereicht. Ich habe da ein bisschen zu kräftig oder einen zu kräftigen Ton ausgesucht. Das würde ich beim nächsten Mal tatsächlich anders machen. Das Kleidchen von der Elfe wollte ich weiß lassen, aber weiß ist ja grundsätzlich kein reinweiß. Also müsst ihr dann halt mit einem Grauton dann so ein bisschen den Schatten andeuten, damit sich das ein bisschen abhebt und Fläche bekommt. Und ein bisschen diese Dreidimensionalität, die erreicht ihr dann halt tatsächlich mit Licht und Schatten. Das heißt, gewisse Bereiche hell lassen und dann die Bereiche, die im Schatten liegen, dunkler. Die Brille und die Haarspange habe ich dann auch jetzt mit Rot abgesetzt. Das ist sozusagen meine Signalfarbe jetzt auf diesem Motiv oder auf dieser Karte. Und dann habe ich die Stifte, die ich verwendet habe, hier noch teilweise auf dem Tisch liegen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die Strohfhose kriegt jetzt auch so einen cremefarbenen Ton. Wie der Kaffeebecher und der Hautton von der Elfe selbst. Hier habe ich mir Wassertankpinsel genommen. Ich habe einen von Action und einen von Gärstecker. Den von Action verwende ich gerne für die größeren Flächen, weil der Pinsel auch sehr, sehr grob ist oder sehr, sehr groß. Der ist halt für feine oder kleine Stellen und Bereiche nicht wirklich geeignet. Dann verschmiert ihr alles und da müsst ihr halt wirklich euch ausprobieren. Aber für Hintergründe oder große Flächen ist das absolut ausreichend. Der Pinsel bei mir ist fast immer trocken. Der hat sozusagen nur einen Hauch von Feuchtigkeit. Das ist auch wichtig. Wenn euer Pinsel zu sehr fließt, dann könnt ihr natürlich auch nicht davon ausgehen, dass eure Flächen sozusagen nicht wegschwimmen. Also was ich damit sage, ich habe wie gesagt nur ein bisschen Farbe, um die Farbe anzulösen, die Pigmente. Und ein bisschen bewegen zu können. Aber ich drücke nie stark. Und ich trockne eher den Pinsel noch zwischendurch an einem Taschentuch oder einer Küchenrolle ab. Oder an meiner Hand, wenn ich nichts zur Hand habe. So kann ich den Fluss des Wassers ein bisschen besser kontrollieren. Also ein Hauch, nicht fließend. Ich hoffe, das macht alles ein bisschen Sinn. Ihr könnt es auch erkennen, dass die Spitze über die Farbe gleitet, die anlöst und bewegt. Aber ihr seht keine richtigen Wassertropfen. Wer keinen Wassertankpinsel hat, der kann natürlich auch einfach einen Wasserbecher nehmen und einen stinknormalen Pinsel. Auch da müsst ihr natürlich gucken, für feine Flächen natürlich auch einen feineren Pinsel zu benutzen. Das ist übrigens mein blauer, mein feiner Pinsel. Den verwende ich für die kleineren Flächen. Da habe ich mehr Kontrolle und ich kann die Stellen eher treffen und es läuft nichts über den Rand. Wir sind übrigens immer noch bei dem ersten Anstrich. Das heißt, das, was ich mit den Stiften vorher aufgetragen habe, wird jetzt verblendet, verteilt, verwischt. Und wenn man die Pigmente anlöst und verteilt, wird die Fläche halt, ich sag mal, glatter. Man sieht diese Stiftstruktur nicht mehr. Und es hat einen schöneren Übergang. Noch ist alles sehr blass. Zumindest für meinen Geschmack zu blass. Aber das werden wir halt später auch noch alles ein bisschen schattieren, ein bisschen verstärken. Aber trotzdem ist es dann bei weitem nicht so dunkel, wie ich manche Male koloriert habe. So, und da habe ich dann halt wirklich die Farbe so weit verwischt, dass die Flügel jetzt mehr lila oder magentafarben wirken. Was irgendwie so kompletter, krasser Gegensatz zum Rest der Karte ist. Also ich hätte die vielleicht auch eher rot machen sollen oder wirklich dann rosa. Aber das habe ich jetzt so gelassen, weil ich einfach der Meinung war, jetzt irgendwie was zu ändern, wird das Ganze noch schlimmer machen. Und ich glaube, ich bin da, was das angeht, einfach nur zu pingelig. Und ich glaube, außer mir wird das keiner irgendwie störend finden. Und hier habe ich sogar gemerkt, dass mir der Hintergrund einfach auch zu blass ist. Und dann habe ich einfach die Pinselstifte auf den Stift gesetzt und mir die Farbe direkt vom Stift genommen. Und angefangen halt, das Ganze ein bisschen dunkler zu machen, damit sich halt das Motiv auch ein bisschen absetzt. Oder der Hintergrund überhaupt als Hintergrund zu erkennen ist, weil die Farbe hellblau war einfach wirklich sehr, sehr zart. Das gleiche auch mit dem Schatten. Hier habe ich, glaube ich, sogar direkt auch den schwarzen Stift genommen und angefangen dann, mir die Schatten zu setzen. Das war mir jetzt ein großer Plopp. Da habe ich den Pinsel wieder sauber gemacht und die ganze Farbe ein bisschen ausgewischt. Und da, wo ich denke, dass ich Schatten habe, habe ich dann das Ganze ein bisschen verstärkt. Ihr seht ja, ich sehe so einen kleinen Punkt und dann verblende ich das Ganze von dem Punkt aus nach außen, wo ich denke, wo das hinfließen kann. Das ist so interessant zu sehen, wie schnell das auf dem Video wirkt, wie langsam ich dann eigentlich im Grunde aber dann das Motiv koloriert habe. Ich glaube, ich habe dafür alleine schon 40, 45 Minuten gebraucht, bis ich dann komplett fertig war und zufrieden. Deswegen lasst euch dann jetzt hiervon nicht verwirren. So schnell koloriere ich tatsächlich nicht. Wäre schön, wenn es so wäre, aber nein. Hier habe ich dann gedacht, mein Cupcake hat irgendwie zu wenig Struktur. Also habe ich dann mit Braun ein bisschen Farbe noch hinzugefügt. Auch den Becher, da seht ihr, Spitze, Farbe aufnehmen, verteilen. So verfahre ich eigentlich so im letzten Schritt, wenn ich dann schattiere oder Farbe ergänze, wo ich denke, da muss noch ein bisschen mehr hin. Der weiße Kranz in den Haaren, der lässt die Haare halt super schön strahlen und scheinen und da sieht aus, als ob da die Farbe halt richtig hinkommt. Und das wirkt auch dann plastischer und ich meine, die Haare fallen ja nicht einfach plump am Kopf entlang. Die sind ja durch die Kopfform abgerundet und das habe ich mir halt, ich denke mal, aus dem Anime-Bereich abgeschaut. Das mache ich schon, seitdem ich 13 bin. Da haben meine Figuren halt alle einen hellen Kranz. Bei schwarzen Haaren ist das dann nicht so dominant oder nicht so extrem. Aber bei braunen Haaren, man kann natürlich auch helleres Braun verwenden, anstatt weiß lassen. Ich mag meine weißen Flächen und das wird auch so bleiben. So, das ist der Novo Schimmer Aquapen. Den benutze ich dann für kleine Elemente. Ich habe die Flügel damit eingefärbt, die Punkte auf meinem Cupcake und die Tasse. Hier setze ich noch mit Schwarz und meinem Wassertankpinsel größere Kontraste noch. Die Übergänge zwischen Boden und Himmel. Ich fand die Haare noch ein bisschen hell und habe dann mit Schwarz auch wieder ein bisschen mehr Schatten gesetzt. Und den Haaransatz betont. Hier habe ich einen schwarzen Fineliner von Action. Damit setze ich mir die Augen ein bisschen dunkler und für die weißen Punkte nehme ich meinen Uniball weißen Gelstift. Und hier ist das Glossy Ascent. Das habe ich für die Brille verwendet und auch für das Herz. So, das war es auch schon. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.